Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, heute geht es um die Amine. Die Amine sind Kohlenwasserstoffverbindungen, die als funktionelle Gruppe ein oder mehrere Stickstoffatome in ihrer Kette haben. Die Amine leiten sich alle ab von Ammoniak. Hier habe ich ein typisches Ammoniakmolekül gezeichnet. Wir sehen hier, dass ein Ammoniak drei Wasserstoffatome hat, die jetzt bei den Aminen eine Rolle spielen werden und weiterhin sehen wir, dass das Ammoniak hier oben ein freies Elektronenpaar hat. Amine entstehen, wenn die Wasserstoffatome des Ammoniaks durch Kohlenwasserstoffketten ersetzt werden. Dabei kann man drei Fälle unterscheiden. Wenn nur eins der drei Wasserstoffatome hier durch eine Kohlenwasserstoffkette ersetzt wird, wie wir das hier in diesem Beispiel sehen, sprechen wir von einem Primäramin. Die Kohlenwasserstoffkette kann eine beliebige Länge haben, deswegen kürzt man das meistens mit einem R ab. Hier sehen wir, dass zwei der drei Wasserstoffatome durch Kohlenwasserstoffketten hier ersetzt wurden und da es zwei sind, zwei H-Atome, die durch Kohlenwasserstoffatome ersetzt werden, sprechen wir hier von Sekundäramin. Es können natürlich auch alle drei Kohlenstoffatome bzw. Wasserstoffatome durch eine Kohlenstoffwasserstoffkette ersetzt werden. Dann haben wir diesen Fall mit drei ersetzten Wasserstoffatomen bzw. drei Kohlenwasserstoffketten, die hier an das H sich angelagert haben und dann spricht man von einem tertiären Amin. Eine der wichtigen Eigenschaften der Amine ist, dass Amine basisch reagieren. Das liegt daran, dass Amine alle hier dieses freie Elektronenpaar haben. Dieses freie Elektronenpaar hier oben kann also Protonen aufnehmen, kann also Protonen akzeptieren und nach der Brönstedt-Theorie von Säuren und Laugen sind also Moleküle, die Protonen akzeptieren, also Protonen akzeptoren sind, sind basisch. Kommen wir jetzt zu der Nomenklatur der Amine. Die funktionelle Gruppe der Amine ist hier die Hauptfunktion in dieser Kette, das heißt sie bildet den Stammnamen. Der Stammname kommt bei der Namensgebung immer nach hinten. Wir haben hier eine Kohlenwasserstoffkette mit vier Cs, das ist also ein Botan und da diese Amine Gruppe am ersten C sitzt, heißt das Ganze dann einfach Botan 1 Amin. Hier in diesem Beispiel sitzt die funktionelle Gruppe am zweiten C, deswegen Botan 2 Amin. In diesem Beispiel haben wir zwei funktionelle Gruppen am ersten C und am dritten C befinden sich jeweils eine funktionelle Gruppe der Amine, sodass das Ganze dann Botan 1,3 Diamin heißt. Diamin natürlich, weil wir zwei funktionelle Gruppen haben. Natürlich können mehrere funktionelle Gruppen in eine Kette auftreten, so wie hier in diesem Beispiel. Hier haben wir drei funktionelle Gruppen, die am ersten, zweiten und am vierten C sitzen und der Name dieses Gebildes heißt dann Botan 1,2,4 Triamin. Bei sekundären und tertiären Aminen bildet die längste Kohlenwasserstoffkette mit dem N zusammen den Stammnamen. In diesem Beispiel haben wir also hier ein Propanamin, weil die Propankette hier die längere Kette ist. Somit ist dann diese Ethankette die Nebenkette und wir haben hier als Namen dann ein N-Ethyl. N-Ethyl bedeutet, dass diese Ethylkette direkt an diesem Stickstoff, an der Stickstoffatom anhängt und Propan 1 Amin ist also dann der Stammname und am ersten C des Propans sitzt dann die Amin. Deswegen das Ganze N-Ethyl-Propan 1 Amin. Hier haben wir ein Beispiel mit einem tertiären Amin. Die längste Kette hier in diesem Molekül ist diese Butankette. Das macht den Stammnamen aus. Das ist ein Butan 1 Amin. Die beiden Seitenketten sind Ethylketten. Da habe ich mich verschrieben. Das muss ich jetzt mal korrigieren. Das sind also zwei Ethylketten. Deswegen die Ethyl und da beide Ethylketten an diesem Stickstoffatom angebunden sind. N, N. Und so setzt sich also wie gesagt der Name dieses Amins zusammen. Natürlich gibt es auch Amine, die an ringförmigen Kohlenwasserstoffketten hängen. Wir haben hier ein Beispiel mit 6 C-Atomen, die als Ring zusammengeschlossen sind. Das ist also ein Zyklohexan. Und somit haben wir hier dann ein Zyklohexanamin auf der linken Seite. Das rechte Beispiel sieht ein bisschen schwieriger aus. Wir haben hier ein Zyklo-Pentan. Und an diesem Zyklo-Pentan hängt ein Amin. Und an diesem Amin hängen wiederum zwei Seitenketten. Einmal eine Methylseitenkette und einmal eine Ethylseitenkette. Die Namensgebung dieses Moleküls ist auch relativ einfach. Die längste Kette ist diese Zyklo-Pentan. Deswegen haben wir ein Zyklo-Pentanamin. Das ist der Stammname. Der kommt hier hinten ran. Als erste Seitenkette haben wir natürlich das Ethyl und dann das Methyl. Das Ganze wird hier alphabetisch aufgeschrieben. Deswegen ein N-Ethyl. Und deswegen ein N-Ethyl, weil die Ethylkette direkt an diesem Stickstoffatom hier sitzt. Und auch ein N-Methyl hier oben. Auch hier sitzt die Methylkette direkt an dem Stickstoffatom. Deswegen N-Methyl. Und wie gesagt, der Stammname ist dann Zyklo-Pentanamin. Zyklo-Pempentamin. Zyklo-Pentamin. Vielen Dank.